Die Kirche Die Kirche Die Kirche Die Altägyptische Sphinx gehört zum religiösen Sonnenkult und stellt laut Harmachis eine lokale Form des Gottes Horus dar, Horus also Ra und so weiter. Auch in Verbindung gebracht mit Kepera, Ra oder Atum. Die Darstellungen von Harmachis sind vielfältig. Zu einem wurde er als falkenköpfiger Mann mit verschiedenen Kronen abgebildet, andere Darstellungen zeigen ihn gelegentlich als falkenköpfigen oder widderköpfigen Löwen. Was die vorherigen Informationen in Kapitel 5 bestätigen. Ra, als Löwe, Witter und so weiter. Ein ägyptischer Sphinx, Plural, Sphinxe oder Swingen, ist die Statue eines Löwen, zumeist mit einem Menschenkopf. Daneben sind auch Witter, Falken und Sperberköpfe in Form einer Sphinx gebräuchlich. Bei anderen Völkern des Altertums wurden ähnliche Mischwesen dargestellt, so bei den Phöniziern, Hittitern, Assyrern und insbesondere bei den Griechen. Der übernommene Kult der Sphinx-Monumente findet sich heutzutage wie viele weitere ägyptische Götter in vielen Religionen wie zum Beispiel im Buddhismus oder im Hinduismus in abgewandelten Formen. Das Wort Sphinx leitet sich möglicherweise vom griechischen Verb Swingen mit der Bedeutung erwürgen durch Zauber festbinden ab oder vom ägyptischen Spanch, das, was das Leben empfängt. Hu, also Sphinx, basiert auf der Legende der griechischen Sphinx, die vorbeikommende Reisende stets erwürgte, wenn diese das von ihr gestellte Rätsel nicht lösen konnten. Den Löwen, also die Sphinx, sehen wir heute an vielen religiösen Parlamenten, Kirchen und sogar vor Banken und Gerichtsgebäuden. Von Religion zu Religion variiert die Form der Löwen, wie zum Beispiel in Asien die berühmten chinesischen Löwen in abgewandelter Form vor Regierungsgebäuden, also religiöse Tempel, und dennoch symbolisieren sie in allen Religionen ein und dasselbe. Sphinx-Darstellungen werden im Allgemeinen mit architektonischen Strukturen wie Königsgräbern oder religiösen Tempeln in Verbindung gebracht. Sphinxen flankieren oft die Eingänge zu Tempeln und sind die Torwächter elitärer Gebäude. Sie erwürgen den Passanten, sobald er das Gebäude betritt. Und das ist nicht nur symbolisch gemeint. Die Löwensymbolik schüchtert nur durch seine Präsenz ein. Die Symbolik eines Löwen verkörpert Stärke und Macht. So ist sichergestellt, dass, wenn du ein Gebäude mit ägyptischen Sphinxen bzw. Löwen betrittst, du dich deinem Gegenüber sofort unterwirfst, welches die übergroße Sphinx in Ägypten mehr als verdeutlicht, also welchen Zweck diese Monumente erfüllen sollen. Diese Monumente sind ägyptische Herrschaftssymbole der Autorität. Zitat Zitat Ende Hier eine kleine Ergänzung zur Sphinx an der Santanderbank. Das Hauptquartier der Santanderbank in Spanien, in der Provinz Cantabrien, offenbart den vollständigen Sonnenkult des Ra, also Horus. Sonnensymbol des Ra, aufgehende Sonne-Symbol des Ra, welche in die Rolle des Horus schlüpft und so weiter. Das Logo der Santanderbank entspricht dem Feuerkult des Ra, der Sonne. Und wieder stimmt die Symbolik in ihrer wahren Bedeutung perfekt überein. Hier noch ein Beispiel einer Sphinx im Logo der Ink-DiBa-Bank in moderner Form, ohne weiter zu kommentieren. Entsprechend ihrer Bedeutung als Torwächter finden wir Sphinxen auch in Hollywood-Filmen. Um nur zwei Beispiele zu nennen. Zum Beispiel der so berühmte und beliebte Film Die unendliche Geschichte von 1984. Eines der bekanntesten Beispiele ist selbstverständlich das berühmte Hollywood Pictures Intro. Hollywood Pictures war ein gegründetes Filmstudio der Walt Disney Motion Pictures Group und hat die Sphinx-Gehirnwäsche von 1990 bis 2007 betrieben. Löwen, also Sphinx, Kepera, Horus oder Ra, finden sich auf unzähligen ägyptischen Hieroglyphen. Bei den Griechen wurde die Sphinx als ein geflügelter Löwe mit dem Kopf einer Frau, eines Falken oder teilweise auch als Frau mit den Tatzen und der Brust einer Löwin, einem Schlangenschwanz und Vogelflügel dargestellt. Abwandlungen gibt es viele. Die Sphinx wurde in die heutige Architektur und Symbolik der Freimaurer übernommen. Sphinx-Löwen finden sich selbstverständlich auch in London, am Londoner Thamesufer, wo sie die echte Kleopatra-Niedel, einen der wenigen echten ägyptischen Obelisken, bewachen. Heilige Sphinxen, also Löwen, finden sich heute noch immer in Städten, Parlamenten, Gerichtsgebäuden oder Freimaurerlogen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil, um deinen Irrglauben an ihre Götter zu stärken. Ihre magische Wirkung entspricht dem ähnlich eines Zepters, Macht und Autorität. Sie schmücken diese scheinbar göttlichen Monumente nicht nur aus optischen Gründen, auch autoritäre Gebäude, Brücken und Paläste. Mit ihrer ehrfürchtigen Erscheinung stärken Sphinxen auch deinen Irrglauben hinsichtlich Religion. Durch die ständige Präsenz der Löwen, wie zum Beispiel auch das berühmte MGM-Hollywood-Intro, hast du Ehrfurcht vor einer Autorität, ebenso vor ihren Gebäuden und ihren heiligen religiösen Tempeln. Wie du unschwer erkennen kannst. Gleicher Ursprung, gleiche Bedeutung, gleicher Zweck, gleiche Wirkung, gleiche Religion. Und zwar weltweit. Das Spinnennetz-Symbol, wörtlich zu finden im Logo des US-amerikanischen Geheimbundes Bohemian Club. Mit dem Motto, Webspinnen kommen nicht hierher, sind unerwünscht. Ein Zitat von William Shakespeare's Sommernachtstraum, Spinnen, die ihr künstlich webt, webt an einem anderen Ort. BC steht für Bohemian Club. Eine Geheimgesellschaft, ein ritueller Treffpunkt religiöser Politiker, Medien und Wirtschaftsbosse aus aller Welt. Im Mittelpunkt des Logos der Eule der Minerva, traditionell Athena und so weiter genannt, welche Wissen oder Weisheit symbolisiert. Grove für Wäldchen oder auch heiliger Wald, Hollywood. Im Mittelpunkt der rituellen Zeremonien steht ein Gott, ob Moloch, Baal oder eine Eule. Gleich, was dieses Wesen repräsentieren soll. Es ist eine Religion, ihre Religion, ihre Götter, die sie verehren. Darüber wurde schon so viel berichtet und ich möchte es an dieser Stelle auch dabei belassen. Das Spinnennetz finden wir unter anderem auf dem Ein-Dollar-Schein. Es umgibt die gesamte okkulte Symbolik der Autorität. Was so viel bedeutet, gefangen im Netz der Spinne, könnte man anfügen. Ebenfalls befindet sich eine kleine Eule auf dem Dollarschein. Erwähnenswert ist das Spinnennetz, weil man es am so wichtigen Weißen Haus in Washington in Form einer aufgehenden Sonne mit eingefallenen Spinnweben findet. Ein unverkennbares Spinnennetz-Symbol mit der Bedeutung, hier wird im Verborgenen regiert. Oder Webspinnen kommen nicht hierher, sind unerwünscht. Auch das World Wide Web, zu deutsch weltweites Netz bzw. Geflecht, wird daher nach seiner verflochtenen Struktur benannt, die der eines Spinnennetzes ähneln soll. Wenn du genau darüber nachdenkst, treffen diese Worte nicht nur symbolisch exakt auf das Verhalten der Patrioten zu. Auch dies ohne zu vertiefen. Spinnweben stehen in Verbindung mit der ägyptischen Schutzgöttin Neid, welche der griechischen Göttin Athena römisch Minerva entspricht und demzufolge exakt dem Motto des Bohemian Club entspricht. Göttin für Weisheit. Sie repräsentiert, wie bereits erwähnt, die Eule Viktoria, entsprechend der Göttin Neid und so weiter. Eine Verkörperung des Zeus, dementsprechend auch ihren Bezug zur Sonne Ra. Sie ist die Öffnerin der Sonnenwege. Sie war unter anderem die Göttin des Kosmos, der Weisheit des Webens und des Krieges. Als Göttin der Schöpfung und des Webens soll sie die Welt täglich auf ihrem Webstuhl neu weben. Neid, Mutter von Ra, Horus, entspricht Mutter von? Du kennst nun die richtige Frage und die richtige Antwort. Ausführliche Schlüsselinformationen findest du auch unter folgendem Link. Ein Tempel ist, wie du nun erfahren konntest, eine Kirche, von lateinisch templum. Es ist ein Gebäude, das spirituellen Ritualen und Aktivitäten wie Gebeten und Opferritualen vorbehalten ist und in vielen Religionen als Heiligtum diente und noch immer dient. Tempelanlagen gibt es weltweit, in allen Religionen und Glaubensrichtungen. Sie sind ein unabdingbarer Bestandteil der Autorität, also deiner Religion. Eine Kirche ist also im eigentlichen Sinne nicht mehr als ein religiöser Tempel. Das Wort Kirche wurde wahrscheinlich über das Gotische aus dem Griechischen entlehnt, des Herrn, Haus, von Kyrios, Herrscher, also Herr. Zitat Oft wird der Altar nicht genau nach Osten ausgerichtet, sondern in Richtung Sonnenaufgang. Zitat Ende In der altgriechischen Religion war der Tempel der Aufbewahrungsort für das Götterbild. Tempel werden oftmals als Aufenthaltsort der Götter bezeichnet. Der griechische Tempel ist der bedeutsamste und am weitesten verbreitete Gebäudetypus. Der Tempel der Artemis, welcher der Göttin Artemis Gim widmet war, wieder eine Tochter von Zeus, Zwilling von Apollo und so weiter, war ein griechischer Tempel. Er befand sich in Ephesus, in der Nähe der modernen Stadt Selçuk in der heutigen Türkei und ist eines der alten sieben Weltwunder der Antike. Dementsprechend eindeutig ein Sonnentempel, ohne auch diesen Punkt, den ich im Verlauf schon verdeutlicht habe, zu vertiefen. Eine weitere Form der Sonnengott-Verehrung von UNESCO mit dem gleichen Ursprung und den gleichen Göttern. Eben die Aufgabe der UNESCO. Zu den ältesten steinernen Tempelbauten gehören die nur teilweise erhaltenen Totentempel der Ägypter, die in der Frühzeit vielerorts an die Grabbauten der Pharaonen, Mastabas und Pyramiden gebunden waren. Totentempel, auch Haus der Millionen von Jahren, Millionenjahrhaus genannt. Wie zum Beispiel der Karnak-Tempel bei Luxor im Tal der Könige, welcher dem Gott Amun-Re geweiht war. Tempel war auch das Zikurat, ein Tempelturm in Form einer Stufenpyramide. Ich werde hier keine berühmten Tempel aufzählen, da sie nicht zielführend sind. Hier geht es um die Bedeutung, was sie symbolisieren und bewirken sollen. Spätestens seit dem Griechischen Reich waren Tempel nicht nur religiösen Orten oder Zeremonien vorenthalten, sondern wurden altgriechisch Nahus, Wohnung genannt. Im Römischen Reich wurden Tempel verstärkt mit Königreich, göttlicher Herrschaft verbunden. Was sich bis heute nicht geändert hat. So wird die Herrschaft in Verbindung mit Sonnengöttern vom Volk als ein heiliger Akt angesehen. Ob bewusst oder unbewusst, das ist eine unwiderlegbare Tatsache. Die Form und Funktion von Tempeln ist wie bei modernen Tempeln also Regierungsgebäuden sehr variabel, obwohl sie von den Gläubigen oft als das Haus einer oder mehrerer Gottheiten angesehen werden. Und dieser Satz ist wichtig zu verstehen. Von Gläubigen wird das Haus, also der Tempel, als das Haus einer Gottheit angesehen. Dieser Punkt stellt eine weltweite Schlüsselrolle des aktuellen Systems dar. Heute mehr denn je finden wir Regierungsgebäude, welche stets renovierungsbedürftig sind, wie man uns sagt, und dabei lediglich religiös neu gestaltet, modernisiert und mit weiteren religiösen Göttern bestückt werden. Ihre Tempelanlagen, heute Parlamente, Kapitole und so weiter genannt. Im 21. Jahrhundert geschieht dies in einem Ausmaß, welches das ägyptische oder römische Reich vor Neid erblassen lassen würde. Heutige Regierungstempel der Neuzeit, also Kirchen, ähneln sich überwiegend, jedoch können sie auch auf den ersten Blick also optisch sehr unterschiedlich wirken. Jedoch ist ihre Wirkung bezüglich des Glaubens, exakt wie auch die antiken frühen Tempel, stets in ihrer eigentlichen Bedeutung gleich geblieben. Auch befinden sich die so beliebten heiligen Touristenkirchen zunehmend unmittelbar oder direkt damit verbunden auf oder neben Regierungsarealen, sowie an Kapitolen, Präsidentenpalästen und Autoritätsdienergebäuden. Viele der sogenannten Präsidentenpaläste besitzen sogar eigene heilige Städten, ihre eigenen Kirchen. Ein architektonischer Baustil, welcher den eigentlichen Sinn und Zweck mit angeblicher Göttlichkeit offenbart. Und dies bedeutet, Herrschaft im Namen der Religion. Diese Architekturen erfolgen nicht einfach zufällig. Das hat Strategie. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Systems, Regierungsgebäude, die meist selbst schon heilige Städten repräsentieren, zusätzlich mit Kirchen zu verknüpfen. Diese Muster kannst du selbst weltweit beobachten. Ein Blick in Google Earth lohnt sich. Tempelsäulen sind vielfältig und haben ihren eigentlichen Ursprung mindestens im alten Ägypten. Alle Variationen und Formen haben einen religiösen Hintergrund und symbolisieren oft Schutzgötter oder selbst die Form von Göttern. Später wurden Tempelsäulen in vielerlei abgewandelten Formen übernommen oder je nach Gebrauch bestimmter Kulte und Religionen umfunktioniert, also je nach Zeitalter entsprechend umgestaltet. Die so berühmten Jachin- und Boas-Säulen, welche sich laut Erzählung am Tor des Eingangs des Tempels in Jerusalem befanden, symbolisieren lediglich Religion. In der Freimaurerei werden sie mit der Sonne, dem Mond oder der Weltkugel als Weltdomination dargestellt. Abwandlungen in späterer griechischer oder römischer Form sind zahlreich. Zweifarbig, welche die Dualität Mond und Sonne darstellen, entsprechend dem Sonnensymbol Yin und Yang. Säulen werden heute auch als Flamme dargestellt, daher auch die Namensherkunft Siegessäule, also von Säule, Tempelsäule. Der Ursprung der zwei unterschiedlichen Säulenformen der Jachin- und Boas-Säulen liegt selbstverständlich im alten Ägypten und zwar im Esna-Tempel und eben nicht im so berühmten Jerusalemer Tempel mit seinen so berühmten siebenarmigen Leuchter. Erwähnenswert ist hier die National Capital Collins in Washington, D.C. Leider liefert Wiki nur unzureichend Information, was es in Wirklichkeit mit diesen Säulen auf sich hat und warum sie tatsächlich aufgestellt wurden. Sie stehen mit dem Sonnenkapitol in Washington, D.C. in Verbindung und symbolisieren in ihrem alleinigen Erscheinungsbild somit auch den Museumstitel, welcher diesen heiligen Ort trägt, die Wichtigkeit von Tempelsäulen des Systems und ihrer Religion, ihren Göttern, welchen sie diese heiligen Städten widmen. Zitat Und genau das symbolisiert dieser Ort, ein Tempel für ihre Götter. Säulen befinden sich heute an und in fast allen Regierungsgebäuden, Parlamenten, Gerichtsgebäuden, welche ihre falschen Entscheidungen auch gleich göttlich absegnen und nur zu gern auch an und in betrügerischen Saturnbanken der Händler und Diebe, welche, wie bereits erwähnt, den Saturn-Tempel repräsentieren und Mercury, also Wotan, Odin usw. im Ursprung Seed oder Tod symbolisieren. Diese alte beliebte Architektur ist demzufolge zweckgebunden, weshalb alte Gebäude im Neo-Renaissance- oder Neo-Barockstil oder welche weiteren Schwachsinnsbezeichnungen auch immer weiter verwendet werden und stets mit noch mehr Herrlichkeit, mit noch mehr Glory und Heiligtum modernisiert werden. All diese Bezeichnungen der Gebäudestile dienen rein der Desinformation. Es sind alles griechisch-römische bzw. im Ursprung ägyptische Baustile und zwar mit genau jener Bedeutung, welche sie schon vor hunderten oder tausenden Jahren hatten. Daran hat sich bis zum heutigen Tage überhaupt nichts geändert. Tempel und ihre eindrucksvollen Säulen symbolisieren in deinem Unterbewusstsein Stärke, Macht, Autorität und verbundene Göttlichkeit. Säulen haben ebenso eine magische Wirkung, indem sie deinen Verstand im wahrsten Sinne klein halten, deine Wahrnehmung der Realität, heilige Tempel-Säulen hinter denen sich Priester, Präsidenten und Monarchen verstecken und Schutz suchen, mit der Betonung Schutz vor uns suchen, auch wenn dir die Tiefgründigkeit dieser Worte vielleicht gar nicht bewusst ist. Sie haben Angst vor uns. Angst vor uns. Leider fand ich keinen eindeutigen Hinweis darauf, wie es sich mit doppelten oder gar dreifach aneinandergereihten Säulen verhält. Denn bei ganz bestimmten Gebäuden oder jene, die einen bestimmten Zweck erfüllen sollen, einen höheren Rang als die üblichen Tempelsäulen oder welche höhere Bedeutung symbolisieren sollen, so findet man wie in den Beispielen Doppelt- und Dreifachsäulen. Dies ist an diesem Punkt nicht entscheidend, aber dennoch erwähnenswert. Sowohl als auch sind es Symbole der Autorität deines Irrglaubens. Zwischenfrage an dich? Zur Verdeutlichung hier ein Beispiel. Was erkennst du auf diesem Bild? Wie würdest du als Unwissender oder gern auch als Wissender dieses Gebäude auf den ersten Blick interpretieren? Es handelt sich um das Parliament Hill Ottawa, House of Commons of Canada, das kanadische Parlamentsgebäude. Mit dem Querverweis und Gedankenstütze auf Parliament Hill mit Ursprung Capitoline Hill, Mons Saturnius, der mit dem Gott Saturn geweiht war, also ein moderner Saturn-Tempel, entsprechend der sieben Hügel und so weiter. Auch hier wird der Feuerkult einmal mehr bestätigt mit seiner ewigen Flamme direkt vor dem Parlamentsgebäude, klassisch in Hieroglyphensonnensymbolik des Ra. Hier noch ein weiteres Beispiel. Wie würdest du oder der normale, unwissende Mensch diesen heiligen Tempel auf den ersten Blick interpretieren? In diesen heiligen Hallen, also Tempel, Gottes Haus oder Kirche, befindet sich der Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen, UN. Es ist der so beliebte und verehrte Friedenspalast im niederländischen Den Haag. Wie der sogenannte Friedenspalast, die heiligen Hallen, werden viele weitere Gebäude der Autorität von der Bevölkerung selbst als beliebtes Touristenziel nach wie vor verehrt. Das sind keine Paläste oder Regierungsgebäude, das sind die Kirchen des Systems. Das Interieur dieser heiligen Hallen, die Grundstücksarchitektur sowie Details und das Sonnensiegel des Internationalen Gerichtshofs sprechen ihre ganz eigene Sprache. Aus der Vogelperspektive werden die Sonnensymbole rund um den Sonnentempel offensichtlich. Rote Sonnenscheiben, entsprechend rar Sonnenkreuze und Sonnenräder. Bei genauer Analyse erkennt man auch das diktatorische Faszis-Symbol in besucherfreundlicher Gestaltung, welches einmal mehr verdeutlicht, welches System hinter diesen Organisationen steckt. Darum wird sich auch niemals etwas ändern, wenn das nicht verstanden wird. Wer den Internationalen Gerichtshof kontrolliert, kontrolliert die großen Entscheidungen dieser Welt und lässt Verbrecher weiter agieren. Entsprechend der Symbolik im und rund um diese Kirche geht auch das heilige Siegel des Internationalen Gerichtshofs mit dem Sonnengott Rahr als aufgehende Sonne einher. Siehe auch, Har Machis, Justitia, also Maat im Schutze zweier Sphinxen, symbolisiert die Richterin der Welt. An späterer Stelle gehe ich nochmals auf dieses Siegel ein. Nochmal zur Gedankenstütze. Zitat Justitia entspricht der ägyptischen Maat, welche dem ägyptischen Totengericht entspricht. Der Tempelkomplex von Karnak ist der Maat gewidmet und ebenfalls der Bezirk des Amun-Re bzw. Ra gewidmet der obersten Gottheit. Zitat Ende Der Palast entspricht demnach dem Bezirk des Ra einhergehend mit der Symbolik rund um diesen heiligen Ort. Auch der Begriff IGH, Internationaler Gerichtshof, wird ab diesem Punkt seiner wahren und eigentlichen Bedeutung gerecht. Der Internationale Gerichtshof entspricht in seiner wahren Bedeutung dem ägyptischen Totengericht, Gerichtshof der Unterwelt genannt. Zitat Ra hat den König eingesetzt auf der Erde der Lebenden für immer und ewig. So ist er tätig. Beim Rechtsprechen den Menschen, beim Zufriedenstellen der Götter, beim Entstehenlassen der Wahrheit und der Vernichtung der Sünde er gibt den Göttern Opferspeisen, Totenopfer den Verklärten. Der König als Sonnenpriester. Zitat Ende Das Eingangstor des IGH mit seiner ewigen Flamme entsprechend dem Feuerkult des Ra ist natürlich kein Zufall, denn direkt vor dem Friedenspalast befindet sich, wie sollte es auch anders sein, die World Peace Flame, die Weltfriedensflamme. Somit ist der Feuerkult des Ra, Feuerverehrung, also Sonnenverehrung, ein weiteres Mal bestätigt. Auch wenn du nun denkst, ich wäre hier vom Thema Tempel und Säulen abgekommen. Nein, genau das Gegenteil. Der internationale UN-Sonnengerichtshof, also Totengericht ist ein wichtiger Tempel, die Säulen des Systems, er festigt durch Weltgerichtsbarkeit ihr Vorhaben, und zwar nur ihr eigenes. Auch das World Heritage Emblem, sowie der heilige Ort mit seiner Friedensflamme von der UNESCO, welches dem Feuerkult des Ra entspricht, geht wie schon der Vatikan eins zu eins einher mit den ägyptischen Hieroglyphen des Ra. Eindrücke des Interieurs des Friedenspalastes Sol, Son, innerhalb ägyptischer Sonnen-Hieroglyphen des Ra. Also, was denkst du, warum wir weltweit die gleiche Architektur von sogenannten Kapitolen, den so beliebten Staatsgebäuden wie Weißes Haus, Reichstagsgebäude usw. weiter beobachten können? Bist du immer noch der Meinung, es wäre nur ein beliebter Baustil? Denkst du, wirklich noch immer, es wäre ein Zufall, dass sie alle dem heiligen Ort, der großen heiligen Kirche des Vatikans ähneln? Ja, fast identisch oder in abgewandelter Form, könnte man anfügen. Ich weiß auch ganz genau, was soeben dein erster Gedanke war. Herrschaft unter dem Vatikan, Rom. Nein, genau, das wäre wieder einmal mehr die falsche Frage zum falschen Zeitpunkt. Es wäre das typische Patriotenverhalten der Wissenden. Die Frage, wer regiert, wird am Ende des Videos zweitrangig und letztlich nicht mehr von hauptsächlicher Priorität sein. Wie ich so bereits zu Beginn des Videos sagte, du musst die richtigen Fragen stellen. Also wenn du nun mit dem erlangten Wissen ein Bild des so berühmten Weißen Hauses beziehungsweise dem Kapitol siehst oder irgendein ähnliches Kapitol, also Saturn-Tempel, was siehst du, was erkennst du nun? Mit offenen Augen. Die einzige richtige Frage an diesem Punkt wäre, was symbolisieren diese Gebäude für die so beliebte Autorität? Und vor allem, welchen Zweck erfüllen diese Gebäude mit ihrer Architektur? Du kennst nun die Antwort. Ich muss sie dir auch nicht mehr beantworten. Diese Beispiele, welche sich durch alle Religionen und sogenannten Länder ziehen, sind sehr wichtig, um den Verlauf des Videos verstehen zu können. Auch deine Antwort, die du nun kennst, wird sich im weiteren Verlauf noch sehr häufig von den Regierungen selbst bestätigen. Beispiel der heutigen Anwendung ägyptischer Sonnensymbolik des Ra im US-Kapitol der Vereinigten Sonnenstaaten. Vollendet wurden die Sonnenstrahlen mit passendem Flammendekor, ganz im Sinne des Ra-Feuerkults. Wenn du deine Augen öffnest, wirst du alles sehen. Alles sehen. Alles sehen. Alles sehen. Alles sehen. Alles sehen. Wiedereröffnung des US-Kapitols nach zwei Jahren Plandemie Und genau dieses Schauspiel konnten wir nach den sogenannten Lockerungen schon häufig beobachten. Kaum waren ihre heiligen Städten wieder zugänglich, war die Verehrung religiöser Orte größer als zuvor. Das gleiche Spiel in New York. Zitat New York bietet mehr denn je. Zitat Ende Weiter geht es in Kapitel 7.